Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Modes. So sieht's aus, Episode 5 ist endlich released und im selben Atemzug hat Telltale Games angekündigt, dass es einen Adventure Pass geben wird für Minecraft Story Mode und das Ganze um drei weitere Episoden verlängert wird. Sprich, wir bekommen Episode 6, 7 und 8 noch im Verlaufe diesen Jahres, die die Geschichte von Episode 5 fortsetzen wird. Und wie ihr bereits seht, ist das mit den deutschen Untertiteln heute mal nicht der Fall, denn mit Episode 5 wurde das Spiel natürlich geupdatet, logischerweise, und aus irgendeinem Grund keine deutschen Untertitel dabei sind. Das sind gehört vorne in den Satz. Egal. Ich kann was auch immer, also ich kann machen, was ich will, es geht nicht auf Deutsch, damit müsst ihr jetzt leider klarkommen, ich ja genauso. Und deswegen starten wir jetzt Episode 5, Order Up. Teltal Games Presents Teltal Games Presents Einmal ausweichen Schwer ziehen Move right to engage enemies Sehr gerne doch Alter, was ist denn hier los? Aber wie immer bahnen wir Na komm schon So Können wir vorne gehen Jawohl Wir bahnen uns den Weg durch in rechten Anwesen Ah, hallo Petra Erzähl-Tale-Story Bei Eric Stripe Und Ja, noch wem Und Hoppskelett Episode directed Bei Jonathan Stauder Oh, thanks Hey Jesse Check this out And Three Two One Pop Pretty cool, right? You can try it too Chuck Art Direction Mark Hammer Environment Chef Parrot Mega nice Dude, you're getting pretty good at this Animation Chef's Array You guys are working way too hard Programming Randy Tudor Und Du kannst Du kannst nicht Wollen Edel Ja, points for Ivor I guess This was a good tip Well, Jesse So, are we doing this? I think Jesse's just taking it all in Order of the stone It's time to get some glory For glory Ich werde nicht so unbeholfen in den Tempel rein stürmen, den ich nicht kenne Ich weiß, dass wir alle schreit haben, aber ich werde dir nicht lieben, ich hatte mir gehofft, dass ich für treasure Das ist richtig Dann lasst uns mal auf Schatzsuche gehen Mensch, noch einmal herzlich willkommen Zurück zu Minecraft Story Modes Endlich wieder Episode 5 Ich bin wirklich gespannt, was hier aus dieser fünften und dann auch sechsten, siebten und achten Episode geworden ist Beziehungsweise werden wird Es ist lange her, dass wir Minecraft Story Modes gespielt haben und es ist ja viel passiert Und es erzählt jetzt eine ganz neue Geschichte Ich bin wirklich gespannt So, Floorgatter haben wir hier Da haben wir noch einen Lever Look at, wir schauen uns natürlich zuerst mal komplett um hier Hier können wir nicht rumgehen Floorgatter, look at Diese Channels leaden to the center of the room They look like they're designed to let Lava flow from those Channels in the wall Why would you want to do that? Naja Lava duct Äh, ja, wenn wir hier Lava hätten Dann haben wir so einen Minecraft-typischen Mülleimer Kann man uns ein ganzes Itemzeug verbrennen Wenn man, wenn man es denn will Diese Channels Lava sind blockt by sticky Pistons Wenn ich sie unblocken Dann wird die Lava hier runterfließen Hier vorfließen Und sich das nächstbeste Loch suchen und hier reinfließen Dann haben wir hier so einen Lava-Strom, der hier so rumgeht Was uns das vorerst bringt, weiß ich noch nicht Bevor wir natürlich den Hebel hier benutzen Werden wir uns natürlich zuerst mal weiter umschauen Hier haben wir auch noch einen Lava Das eine ähnliche Konstruktion bietet Wir können erstmal mit Petra reden Hallo Petra Dieses Ort ist cool Ich wusste, dass du ihn findest How do I ever know about this place What do you think of this temple How are you feeling lately I've got work to do Also Wie hat Ivo diesen Platz gefunden Was denkst du von diesem Tempel Und wie geht es dir eigentlich in letzter Zeit so Nachdem sie ja von dem Wither-Sturm ja die Wither-Krankheit hatte Und eigentlich ziemlich down war Aber ihr geht es ja offensichtlich schon wieder ganz gut Was mich natürlich sehr sehr freut Ja, ich denke, wir können alle Gesprächsoptionen durchgehen Also machen wir es auch in Ruhe von oben runter Wie ihr gehabt Was denkst du, Ivor knew about this place? Eh, wer weiß Der Mann hat wie ein Millionen Bücher Und hat überall über die Welt reint Ihr wahrscheinlich beginnt, zu lernen, zu lernen Ein Ding oder zwei über ein Ding oder zwei Ja, das ist wohl wahr Irgendwo in irgendwelchen Büchern wird dieser Tempel hier schon vermerkt sein So frachtvoll, wie der auch von außen aus gesehen hat Ähm, was denkst du denn von diesem Tempel eigentlich? Thoughts on this place? Ich denke, ich würde lieber in einer straighten Kampf sein Than doing all this switch-pulling-Stuff But I'm glad Ivor's Intel about this place was good Und wie geht es dir denn eigentlich, Petra? So, wie fühltest du dich lately? Mit ihrer Krankheit frei Ich denke Jetzt versuche ich einfach, zu lernen, Team-Mate zu haben Und Leute, die mich über mich Das ist ziemlich neu für mich Es ist... Schön, aber Okay, ich versuche, das zu lösen Ach ja, die Petra Eigentlich immer der Einzelgänger-Typ, aber Jetzt in unserem Team Und sie wird wohl damit klarkommen müssen Hier haben wir noch einen Lever Ich habe es mir schon fast gedacht Axel und Livy sind auch hier Dann reden wir doch mal mit Axel Hey Axel Was hast du dir gebraucht, Junge? Was denkst du, was wir finden werden? Wir haben die besten Abenteuer Wir haben die besten Abenteuer Thoughts on this situation? Na, wie denkst du gerade über unsere Situation? Ja, wie immer, wir haben ja Zeit So, welchen Art von Lut du denkst, wir werden hier finden? Oh Mann, well, ich will einen Raum mit einem Emerald-Floor, richtig? Wer nicht? Ich bin etwa vier Emeralds entfernt, also bekommen wir ein paar Emeralds, wäre ziemlich süß Einen Boden aus Smaragden Und er ist noch vier davon entfernt Was für eine Raumgröße Wie viele Smaragden hast du denn bis jetzt gesammelt, Mann? Ja, wir haben auf jeden Fall die besten Abenteuer, findest du nicht? Mann, wir haben die besten Abenteuer, nicht? Ja, das ist ziemlich süß Ja, Axel Man muss nur mit Gewissen dabei sein Und das tun, was andere in gewissen Situationen nicht tun würden Wie zum Beispiel einen Wittersturm bekämpfen Oder auch zwischenzeitlich drei Naja, dort in der Situation Axel, was denkst du über die Situation? Ja Ähm, ich weiß nicht, über die Situation Ich mache ein bisschen mehr Blöden Dinge ab Also, wenn du jemanden brauchst, um Dinge wie das Ich bin total dein Typ Okay, ich werde weiter arbeiten Das klingt gut, Mann Das weiß ich doch, Axel So, Olivia Hey, Olivia Ja? Na, ähm Macht dir das Schatz um Spaß? Äh, auf welche Schätze hoffst du denn so? Und hast du irgendwelche erleuchtenden Ideen? So, hast du einen guten Zeitpunkt für Schmutzung gehabt? Wenn du mich ein paar Monate vor gefragt hast, hätte ich nie gedacht, dass ich all diese Erfindung und Schmutzung Das freut mich doch Und auf was für Schätze hoffst du denn so? So, was für Schmutzung hast du dir hoffe, dass wir ihn hier finden? Kakaobohnen Kakaobohnen Kekse, die man daraus craften kann, sind natürlich immer geil Und irgendwelche grandiosen Ideen Welche Ideen, um das zu schmutzigen? Ja, diese Channeln von Lava sind in strategischen Locationen von diesen schmutzigen Pistonen Ja Unblock sie Und ich glaube, dass etwas cooles passieren wird Dann... Okay, ich werde das herausfinden Ich habe dich für eine Minute nie bewundet Ah, mein altes Freund, der Leber Unblockt wieder! Okay, wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge, nicht wahr? Wie gehabt. Hier machen wir einen Block vorne. Benutzten wir das mal. Hey, es funktioniert! Oh, warte. Nein, es ist nicht. Nicht wahr. Okay, Petra. Dann benutzen wir doch mal den Ehebel hier vorne und schauen, was hier passiert. Wahrscheinlich das gleiche. Ah. Okay, in einer bestimmten Reihenfolge, wohl oder übel. Dann muss der hierher halten. Ah. Aber der ist jetzt an. Okay. Wir probieren einfach mal ein bisschen drum. Eventuell klappt das schon irgendwie. Benutzen wir den doch mal. Nein. Nein. Ah. Okay. Gut, ich gehe mal ein bisschen schneller. Lalalala. Dann benutzen wir den. Nein. Okay. Gut. Gut. Also, wie war das? Rechts. So ist es schon mal richtig. Dann den mittleren betätigen. Versuchen wir es einfach nochmal so. Weil ich glaube zwar, dass der linke richtig ist. Aber eventuell müssen wir den mittleren auch betätigen, um dann den rechten wieder zu betätigen. Das lässt sich ja jetzt gleich rausfinden. Lalalalala. So, wir benutzen den nochmal. Und wenn der mittleren jetzt wieder abgekappt wird, dann müssen wir... ...dann müssen wir halt den linken zuerst. Aber ich denke, es war genau so geplant und genau so gedacht. Und wir haben es richtig gemacht. Sehr schön. Dann benutzen wir den noch zuletzt. Oh, nice. Ich denke, ich hätte wirklich nicht so geplant, wenn die Flanke nicht abstehen. Ich denke, ich hätte mich nicht so geplant, wenn die Flanke nicht abstehen. Das ist mir so, wenn wir die Flanke erst einmal gefunden haben. Wir waren so ein sehr Angst, ein paar Nöbchen. Hey, ich war nicht so Angst. Nein. Dann, wer war es, dass sie schreitend? Hilfe, 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 die Dispensers versuchen zu töten. Ha, ja, wir waren alle total nicht vorbereitet. Es ist verrückt, dass wir nicht sterben haben. Und zu denken, das war nur das Anfang. Ja, und das war bevor wir mit Witherstorms kämpften, mit Ender-Man gesammelt und die Ordnung einsteckten. Es ist so verrückt. Bingo! Okay, schauen wir, was wir haben. Hey, das ist ein Kacke! Oh Mann, hast du ein Kacke? Es ist einfach, ich liebe Kacke. Meine Cache ist praktisch in Wasser, nur wenn du siehst. Hey, wenn du es willst, dann ist es nur du. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, danke! Huh, ein Pumpkin, nicht schlecht. Ich denke, das könnte sinnvoll sein, wenn wir in Ender-Man gehen. Und dann sieht es, dass wir noch eine Sache drin haben. Das ist... What? Ach so! Ah, okay. Enchanted? Was hast du gefunden? What are you guys talking about? Whoa! That's super cool. I've never seen Flint and Steel like that before. That glow, is it some sort of Enchantment? I don't know. I've seen people put an unbreaking Enchantment on Flint and Steel before. But that's not unbreaking. Allerdings. You could give it a shot and find out. Okay, Flint and Steel, do your thing. I don't know if you will. Aber i don't know if i want that. Bis zum nächsten Mal.